Was eine schöne Familie! Estefania Küster scheint ihr Glück gefunden zu haben. Mit Fernsehproduzent Markus Heidemanns ist die ehemalige Tänzerin bereits seit 2013 verheiratet. Die gemeinsamen Kinder Milla und Mo präsentiert uns Estefania gerne auf ihrem Instagram-Account. Und auch Sohn Maurice, der aus der früheren Beziehung mit Dieter Bohlen stammt, zeigt Estefania stolz im Netz. Die Ex vom Pop-Titan versorgt ihre Fans regelmäßig mit solchen Schnappschüssen. Erst kürzlich postet Estefania dieses Foto mit Maurice. Die verträumte Szene mit einem Surfbrett am Meer macht glatt Urlaubslaune. Was auffällt, Maurice trägt darauf schulterlange Haare. Aber diese Aufnahme ist auch bereits ein paar Jährchen alt. Mittlerweile ist der Bohlen-Spross nämlich schon 14 und hat sich ganz schön verändert. Durch die blonden Strähnchen im Haar sieht er seinem berühmten Papa ganz schön ähnlich. Auf YouTube hat sich der 14-Jährige als Cass mit seiner quirligen Art bereits einen Namen gemacht. Dass Mama Estefania das Familienleben offensichtlich genießt, steht bei solchen Bildern außer Frage. 3 10 9 12 10 13 15